Okay, nehmen wir das auf. Würde ich auch mal sagen, dass wir jetzt so langsam mal aufnehmen dürfen. Okay, machen wir dann. Moment. Moment. Dann tue ich jetzt hier alles nochmal aus dem Inventar raus. Stopp, 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 stopp. Was dann? Ich spring hier nur rum. Ich trau dir nicht. Also, ich trau dir nicht, ja? Nein, du bist voll. Nein, du bist voll. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank, habe ich das auf Aufnahme. Ich habe das auf Aufnahme. Nein, du bist so ein arsch. Nein, du bist so ein trickiges Arsch. Du bist so ein trickiges Arsch. Ich verspricht mich, wenn ich mich halt aufrege, lasst mich. Du bist so ein Arsch. Ich weiß, das ist das Geile dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir von euch und... Mir, Tim Flo von IO Gaming. Der Arsch, der mich umgebracht hat, weshalb wir jetzt zumindest den Seelen haben, weil wir außerhalb der Map gespawnt sind. Okay, und ich lese jetzt mal kurz vor, oder willst du verlesen? Ähm, mach du meine englische Ausbrache, es heißt er. Genauso. Hilbrin's Returned by Hypixel. Don't break any blocks unless toll too. I recommend Asus Essence 1... Texte pack. Dann hier gibt es noch Forever Alone, Playtas Map Online und so und ja. Warte. Turn of Cloud, Brightness 50%. Okay, Smooth Light, Ding. Wow, das war das besteste Rätsel. Das war das schwerste Rätsel, das ich je benutzt habe gerade. Warte, ähm, Grafiger, Smooth Light, ne, aus. Wee, wee. Wee, wee. Ähm, warte, Opstern. Ich geh schon mal vor. Helligkeit. Da, 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 da. Press the button to begin your adventure. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Normal-Mode, Hard-Mode. Ich bin schon durch die Tür. Ah, durch die Tür. There are 4 weapon armor set available. Make sure you grab the quest lock in the first house. For now just sure, okay. Button to begin your adventure. Hard-Mode. Ah ja, und wir haben noch gar nicht erzählt, so, wie, was das überhaupt ist, so. Was ist die Fortsetzung? Von dem ersten Teil dieser Adventismap-Reihe. Mhm. Und, äh, war, hier auf Reince-Menten. Das haben wir vor zwei Jahren, äh, gemacht. Und das mit dem David. Okay, pass auf. Und hier gibt's auch noch Ding. Ich mach den Victor, du machst deinen Schuh und ich mach mein fein Lächer. Warte, wer macht was, hä? Ich, ich bin, äh, ich mach die Gast-Sprecher und fein Lächer und du machst den Schuh. Okay. Wake up! Wake up! Wake up! He is back! What are you talking about? Calm down! He, he, he. Der lacht nur. Guck, der lacht nur. He, he, he. Spit it out! Who? Hey, O'Brien! I feel he has come to seek. We gaze. For what we did so years ago. I will go stop him. Stay here, Victor. Nein, warte, da, 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 da ist ein Schreibfehler. Häh? I will go stop him. Stay awesome, Ross. Fiudeball. So, cybersecurity. Eh. Okay, ähm, Medicine, is okay,uuh. P convertible. Du kannst jetzt nicht schaffen, sind Monster in der Nähe. Oh. Oh, obst, oh, obst, ich will essen. Oh, s****, oh, s****, oh, s**t, oh, s**t, oh, s**t, oh, s**t. ja ich brauche erst mal zeug damit ich da helfen kann ich habe einen kreft lockt dabei auf jeden fall ich weiß noch damals da wir einfach sind die wildnis und gerannt sind dann hat man einfach kissen gefunden ja ja das war damals aber ich glaube das ist hier nicht so oder ich werde drauf der hat hier die märkte nicht abgegrenzt man kann überall was eigentlich hin ich glaube man kann sogar unterbreiten hat er war doch ein apropos quest noch haben wir zwei hier wollen zu können auch nein doch nicht ob er so taunt ist rettet bei einem rennen zu können hier ab und make your way to the town krebs umser fließt bis jetzt die erste quest aufzutauen genau da bist du und wir waren ja damals auch zu dritt ich muss sagen er ist gestorben ist er victor hat gesagt vor jahren vor jahren war hier was und ich sage jetzt einfach mal unser alter kumpel dessen namen ich vergessen habe es da david ich kann seine präsenz spüren wir lesen das jetzt lieber mal auf deutsch ich kann seine präsenz spüren er wird stärker ich will hier brain lesen okay i'm going to tear you world apart bring chaos and destruction nehmen in jedem spiel und serie oder ähnliches sind die bösen meistens die kohlen außer bei s a o als wir gefallen können deine scheiß mal aus mit neuen hosen siehst du viel sexy ja du weißt nein ich weiß ich nicht was du meinst erkläre ich will das verzaubert das wäre ja wartet doch hat das ja voll die alte mule wenn das zeug mir stehen gegen fliegt hatte hier ja mir fliegt das zeug entgegen mir fliegt das zeug entgegen mir fliegt das zeug entgegen das ist also die taun die taun die taun einer ja oh look we have here our old friend do my station remember i defeat your arms and you put your men's to return shit ah i don't think you can even begin to understand how strong i have become stop it my microsoft is a little too loud i have forgotten to create a new channel i have forgotten to create a new channel i have forgotten to create a new channel oh fuck he has destroyed the whole let me out of this prison spell you coward i will deal with you i have better things to attend to ich soll me again we spielten ja und ja ich glaube sandblöcke waren eigentlich was anderes ich sehe hier wohl gar nicht ich kann mich erinnern von einem alteren let's play habe ich die map auch schon mal gespielt ich kann mich hier erinnern das hier war der ort wo wir eigentlich eisengitter sind und da oben würde hier oben stehen ok ja gut dann fangen wir das kisten mitnehmen genau machen wir das nimm alles mit was nicht niederlage fest ist oh ich hab vertaugte tue vergiss nicht wir teilen alles ja 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 ich krieg ja lauter eisen nur keine panik du kriegst so noch stuff ja davon habe ich Panik ich weiß nicht das letzte mal oh bogen weil verrottet das fleiß an die Kräfte kann man nicht dran ja 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 au 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 ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne aaaah scheiß drauf richtig weißt du ich weißt du ich verlieb verdammt viel Leben jung du mich auch oh ich bin ja kurz vorm sterben hm wer kann lernen heaven shop der himmelsladen äh und du musst lesen ich kann grad nicht im Moment egal da war es in so viel kiste da war es ja grad bestimmt ja gut ich geh jetzt ins alchemisten shop äh äh liest davor mal ähm 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 ja ich würde sagen wir schauen uns hier noch rum ich faken hier noch alles mhm 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 und dann müssen wir irgendjemanden finden den wir killen müssen mhm 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 und dann das ist das ganze plan so wird's gemacht und nicht anders äh wo bist du? Deswegen, ich will dir mal was zeigen. Ich bin da, wo du nicht bist. Auch wirklich? Ich sehe aber deinen Namen. Komm mal aus dem Fenster. Jetzt nicht mehr. Komm mal. Hier, komm mal. Die Christen habe ich alles gelootet. Hier drinnen. In der Kirche. Hier ein Button mit dem Heavenstopp. Ich weiß nicht, was da passiert und so. So weit ich weiß, könnte man in ein Himmelgebiet. Könnte daran liegen, dass wir in der 1.8 spielen. Warte mal. Wir melden uns gleich wieder. Wir changen mal unsere Dinge. Was? Unsere Version. Wir changen mal schnell unsere Version. Okay. Also einen Moment. Wir haben jetzt mal alles umgeändert. Sind auch wieder zurück und so. Und mal gucken. Ich glaube, wir haben uns schon durchgekämpft. Ja, wir haben uns schon durchgekämpft. Wir können uns nicht verteilen. Haha, wie geil. Äh, Leute, ich weiß nicht. Einer, die von den Spaces gab, den nicht sein dürften. Und jetzt habe ich auch noch einen Steaman geschrieben. Oh, der hält. Okay, wir haben hier ein bisschen mal ein Ding und so. Ich hab's ja alles vor die Füße gelegt. Doppel. Ein so unddankbarer Mensch. Oh, ja. Ich muss Minecraft ein bisschen leiser machen. Ungefähr so. Er ist zu leise. Und wie geht's dir so? Äh, richtig F. Mensch, wir verwandeln sich einfach mal in Steak. Ja, das war bei mir gerade vorher auch. Okay, to the run, to the wind. Da, 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 da aber ganz ehrlich niemand will spielen wenn das nicht da ist die blöcke alte adventure metten die ich bin tot wenn ich die ganze zeit gegen die liane ich habe mal minus 46 seelen habe weil ich die ganze zeit runtergefallen bin er hatte ich vorhin auch ja ja du mich auch ja 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 das müssen wir wieder so jetzt noch mal Oh, look who we have here, our old friend. Herobrine, remember I defeated you once and put your mansion to ruins. I don't think you can even begin to understand how strong I have become. Stop it! He must be stopped now before he destroyed everything. Let me out of this prison spell, you coward. I will deal with you. I deal with it. I have better things to attend to. We shall meet again, mortals. Okay, come with me. For now, at least, Victor, I told you to stay at the house. What is now exploding? Shit, is there almost exploding? Yes, I am exploding, you know? Oh, da, 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 da ist eine Kiste explodiert, weil hier noch ein Schwert rumliegt. Schärfe für ein... Das gleiche Schwert, was ich vom Skelett getrunken habe, nur halt stärker. Okay, wir lassen überall Türen offen, wo halt schon was war, okay? Ja. Also, du weißt schon, was ich eigentlich immer mache. Also, jetzt müsste auch der Heaven Shop gehen. Das ist ein geiler Stuhl, den muss ich mir auch mal überlegen, äh, überdenken. So, Rüstung, wir müssen dann auch, äh, natürlich teilen und so. Boah, wir müssen hier Arschkrabbe teilen. Wieso, was hast du denn wegen teilen? Weil du eine Arschkrabbe bist. Da ist hinter mir, der ist so gemeint zu mir. Wer? Ja. Ja, immer der, der frägt. Ich bin noch lieb. Hier ist auch noch irgendjemand raus. Ich, ich gehe jetzt nicht weiter raus, ohne, ich gehe nicht weiter raus. Das sieht auch komisch aus. Okay. Nein. Nein. Äh, weiß ich, wir, wir verlassen das Dorf noch nicht, oder? Ich habe einen Bogen. Wieder. Äh, ich habe ein besseres Schwert für dich. Oh. Oh, ich dachte wir schon ein bisschen creeper. Oh. Was ist das denn? Oh, da ist so. Was denn? Stippst du? Nein, ich bin nur runtergesprungen. Und ganz im Ernst, die Map lädt so langsam wie eh und eh, und ich habe selber ein besseres Schwert gefunden. Ich, ich weiß nicht, ich nehme die ganze Zeit immer diese alten Eisenteile mit. So ein Steinschwert habe ich auch schon mitgenommen. Ich habe auch noch einen Bogen für dich. Ah, danke. Das ist aber sehr lieb von dir. Und vorher habe ich dich noch als Note beschrieben. Nein, warte, ich habe dich noch nicht als Note beschrieben. So, jetzt habe ich noch als Note beschrieben. Jetzt kriegst du ihn nicht mehr. Ich liebe dich. Nein, jetzt ist es zu spät. Nein. Ich habe ein Schwert für dich. Das habe ich selber. Welche Verzauberung? Äh, sehr für fünf. Nämlich ist es der Gliederfüßer 1, Bann 1, Haltbarkeit X. Was, 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 was? Was ist das für Schärfe? Sehr für fünf. Ja. Dann nehme ich jetzt der Gliederfüßer 1, Bann 1, Haltbarkeit X. Also zehn, glaube ich. Ich hätte ein Schärfe 7. Nämlich ist der Gliederfüßer 2, Bann 2 und Haltbarkeit X für dich. Und Flamme 1. Willst du es? Hm. Willst du es dafür, äh, will dafür den Bogen? Dann gib mal her, dann wissen wir, dass du mich nicht beträgst, ne? Ja. Ich, ich, ich beträg dich doch nie. Was? Nö. Komm, es ist, ja, ich hab dich betrogen. Ja, ich will den Bogen, bitte. Ich flehe dich, Adi. Ich fahle auf die, die, ich liebe dich, danke. Ah, meiner! Weg dich! Haha, nein, niemals! Freiheit! Alter, wieso kann ich dich nicht schlagen? BVB ist das. Okay, die Restlichen waren wir, hast du den Bogen jetzt genommen? Nimm den Scheißbogen, Junge. Alter, das leckt so! Die Items deporten sich! Alle anderen, du schtinkst! Ich fühle, äh, du... ADVENTURS! Ich fühle, Herbrands, Newcomers, und take over the Kraywatch, okay? Kannst du, please, stop it? Okay. I'll make sure to bring back peace in your village. You haven't unlocked the Heaven Shop yet. Quest 2 completed. Read your Quest Shop for more information. Okay. Warte mal, ich will hier den ganzen Mist... Nein, den nicht. Du musst, äh, eins noch bedenken. Du musst halt die Sachen noch behalten, wie, halt, ja... Oh, sagt Dr. Priest Alan. Quest 3. C. Graveyard has been taken over by a necromancer. Oh, yeah, necromancer, alter. In here, the shrine's common. Defeat him and free the town from darkness. Find the graveyard, defeat the evil necromancer. Ja. Das muss ich sagen, als wüsstest du, was ein necromancer ist. Äh, Herr der Untoten. Also, Magier der Toten. Willst du mich umbringen? Warum hast du gesagt, dass ich dieses letzte Play mit dir aufnehmen soll? Äh, das war andersrum. Ähm. Fick dich. Okay. Dann suchen wir zu dem necromancer. Necromancer, das ist wahrscheinlich einfach die Tastrasse hier entlang. Wo hier so ein Viecher auf mich warten. Und ein Skelett einfach mal lebt. Das? Das? Das war jetzt nicht Like of Terror. Das steht hier. Magmalst, necromancer. Mein, mein, mein. Bossfight! Los! Lass rein da! Da ist ein Pfeil im Pfeil. Oh, schade. Kein kontinierer Schuh. Du machst den DOS. Put Offerings in den Hopper. Das ist der Retail. Da gehts los. Was heißt Offerings? Es ist kein Zombie-Head. Es ist ein Creeper-Zombie. Ah! Ja, schauen wir mal, ob wir... Gute Zombie... Achso, Zombie-Herzen. Ich habe ein Zombie-Herz. Das ist... Das Fleiß, vielleicht? Du hast die Zombie-Head. Das ist Netawarzen, ne? Ich nicht. Das musst du rein tun. Das ist Netawarzen. Du hast Netawarzen in den Inventar. Nein, habe ich nicht. Oh, fuck. Ja, da gibt es dir so einen mit gerade. Wie viele brauchen wir denn drauf? Ja, tu halt mal hier in den Hopper rein. Was machst du da? Nicht touch! Wir brauchen noch mehr Herzen. Hier ist ein Herz. Okay. Und die Herz. Wenn du... Ich würde nicht mit Sensing spielen spielen... Ich würde... Was? Sag dir gerade, ich würde nicht damit spielen. Echt jetzt? Meinst du, ich habe echt Schiss vor dir? Oh, eins. Ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Ich habe noch eins. Ja, dann hau raus! Das ist er! Da ist er! Auf ihn! Auf ihn! Mit Gefrüll! Der Herr der un-toten Seite! Ich glaube, ich bin Kurt von tot. Geblendet. Du bist nicht tot und es ist geblendet. Ja auch. Und Kurt vom Tod. Attacke! Dammdammdammdammdammdammdamm. doch nicht zu mir kommen kommen gruppen schubs wieder dabei die schule was ist der? da ist er! look up in the sky! what is that! Oh, wow. Ach, Schente. Tano, strength. I am the care to help. Don't be afraid. Clear the middle. I will open my bridge to the nether. World to be kill my soul. Okay, wie hat das heißt? Oh, guck mal, da ist ein Loch für dich. Komm, komm zu mir, komm zu mir, komm. Renn zu mir, renn zu mir, renn zu mir. Ins Loch hab ich gemeint. Nein, ich hab dich jetzt lang geschubst. Ich hab ihn runter geschubst. Ich hab's geschafft. Dafür nehm ich mir die Kiste jetzt hoch. Okay, pass auf. Okay, hier einmal. Schutz ein, sich eins. Ich hab' gar'n mal. Ich hab' gar'n mal. Das ist ... You orders. Okay, pass auf. Schutz ein, Schutz ein, okay, das ist alles gleich hier. Ich hab' gar'n mal. Warte, ich tu mal die Scheiß-Items da rein. Und wir haben sechs Goldnagets bekommen. Nimmst du eigentlich auch auf? Ja. Ich hab' gar'n mal. Okay. Ich dürfte mal die Aufnahme beenden, wegen, ist schon ne halbe Stunde. Hm? Achso. Und dann machen wir nochmal weiter, oder wie? Ja. Okay. Aber jetzt erst mal will ich schnell lesen. To do. Take our village. Look up prisoners with code 186. Find Rotelkron. Beginn Sumoing. Bring Skeletor to life and bring the town. Weißt? Begin Sumoing. Das haben wir gestoppt, aber da steht noch drauf. Bring Skeletor to life and bring the town. Wer ist Skeletor und warum ist hier kein Häkchen? Hm. Das sehen wir in der nächsten Folge. Von... Die behinderts Schau. Dum 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 dum. Mit Flo und Fight. Wir haben nicht Skeletor besiegt, wir haben den Necromancer besiegt. Boah, du kack genug. Für deine Zuschauer, lies das Buch. Ich hab's selber. Äh. Souls. Optane. Souls. Bei different bosten. Gelingen. Spend Souls. In heavy shop. Also, die Seelen brauchen wir für den heavy shop, okay? Die quäl. Äh. Okay. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schau doch die nächsten Folgen an von... ...eh... ...eh... ...hebrans Return. Oder auch anders gesagt, hebrans Mentioned Show. Bei. Und... ...ich werde auch... ...seinen Kanal unten verlinken. Und schaut doch mal bei ihm vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und haut rein. Okay. Wimic on. Tschüss. �